Hier bei dieser Frage geht es um Dienstleistungen von DHL oder anderen Paketzustellern bei der Paketzustellung. Dienstleistungen von DHL bei Paketzustellung. Da sollen wir beispielhaft einige Dienstleistungen nennen. Da gibt es zum Beispiel die Paketmarke, die kann man vorher erwerben und dann auf das Paket kleben. Dann gibt es DHL Express oder für andere Paketzusteller eben die Express-Zustellung. Das ist die garantierte Zustellung am nächsten Arbeitstag. Dann speziellen Service für Sperrgut und Online-Frankierung. Ja, sodass man also die Marken hier online kaufen kann, ausdrucken kann. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.